In Ländern auf allen Erdteilen der Welt, du kannst auch Kontinente sagen, feiern Kinder Weihnachten unterschiedlich. Vielleicht wachsen dort keine Tannenbäume, es ist warm im Dezember oder Weihnachten wurde schon immer anders gefeiert. Auch unser Weihnachtsfest hat sich über Jahrhunderte erst dazu entwickelt, wie wir heute Weihnachten feiern. Weihnachtsbaum, Krippenfiguren und Weihnachtslieder sind erst ein paar hundert Jahre alt. Jesus kam vor über 2000 Jahren zur Welt. Überliefertes Verhalten, beispielsweise von deiner Oma zu dir und von Generation zu Generation, nennt man Riten, Brauchtum oder Traditionen. Solche Traditionen unterscheiden sich von Land zu Land und von Erdteil zu Erdteil. Je nach Brauchtum und Tradition in den Ländern bringt die Geschenke für die Kinder an Weihnachten das Christkind, die gute Hexe Befana oder in vielen Ländern ein Weihnachtsmann. Unserem Weihnachten. Musik Musik